... Okay. Ähm... Warte mal kurz. Nein. Ich will nur... Eventuell... ...woanders hin. Wir müssen einfach weiterspringen. Er hat unsere Schmuggelware entdeckt. Ich hoffe, es hier wohnt niemand. Gibt sich das eigentlich irgendwo hier an der Seite? Ciao. Oh... 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 Na toll. Jetzt hasst du dich. Oh... Oh... Na toll. Äh... Äh... Ich hoffe, hier wohnt niemand. Warte mal. Kann ich den Sprung abbrechen? Nein. Doch. Over now. Es hat mich einer angesch... Ich spreche mit Chief Sugiyama. Erstkontakt. Hä? Einfach ne Quest gekriegt jetzt. Okay, Moment. Ähm... Aktivitäten, oder? Surgeon to me? Ne, das ist anders. Sargent to me? Sofort fällig? Ne. Sonstiges müsste es ja sein. Hier erst runter. Das müsste es sein. Cool. Neben Quest. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was ist das? Ich dachte, ich kann es so abbrechen. Aber er hat einfach... Ich werde das nie getrennt werden. Was ist das? Komm zu meiner Farbe, schnell. Mehrere Notfälle jetzt. Okay. Okay, okay, okay. Das hier? Hä? Was war das mit Husten? So, eins nach dem anderen. Das ist ja... Das ist ja schrecklich hier. So fast wie... Als würde man hier Quests... Aufgedrückt kriegen. Gescheiterte Kommunikation. Jemand namens... Alban Lopez... ...hat einen Notruf für die... ...Liz gesendet. Das könnte ich mir genauer ansehen. Wir schauen uns erstmal das System hier an. Wo sind wir denn? Ein verlassener Hangar, ein verlassener Außenbus. Ja, bestimmt verlassen. Wir haben doch hier... Geheime Außenposten. Den wollen wir aufsuchen. Das System ist ja cool aus. Da ist irgendwas. Da scheint irgendwas zu sein. Verlassenes Botaniklamour. Lob ist verab. Okay. Wir müssen erstmal unsere Schmuggelware loswerden. Bevor wir irgendwas anderes machen. Weil ich habe Angst, dass wir dann... ...wieder irgendwo rein stolpern, wo wir gescannt werden. Und dann... Das ist nicht so gut. Deswegen würde ich hier mal landen und uns den geheimen Außenposten anschauen. Der müsste ja von den Crimson Raiders sein. Das heißt... Vielleicht haben die... ...Schwarzmark da... ...und wir können die Schmuggelware verkaufen... ...und vielleicht noch andere Sachen. Und danach können wir sie immer noch platt machen. ...und die Sachen wieder mitnehmen. Dann haben wir das gleiche Problem wie vorher. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Im Grunde das versteckte Amantis. Haben das nicht die Crimson Raiders? Ich sollte den Quest aktiv schalten. ...und gleich... ...mhm... ...warte... ...da... ...der war das... ...Mantis... ...so... ...ja... ...ich würde... ...eventuell... ...Weil ich gerade, ob ich jemanden mitnehme, aber... ...andererseits... ...die stehen mir halt alle im Weg immer. ...ßt ihr Belgium? Ich glaube ich lasse mal, ich lasse mal alle zu. Oh, na toll. So viel zu handeln. Ich wollte Sachen loswerden, nicht noch mehr kriegen. Wohin da hin? Okay. Gut, da wir hier looten müssen, nehme ich Wasp halt doch mit. Schade. Ich dachte ich kann mit den Leuten reden. Ich lasse uns einfach weg. Hm? Na warum, beide? Na ja das war. Das hat gerade da hinten ausgesehen, als wären da irgendwelche Lüsse gewesen. Wasco. Ja, wir waren nicht alleine, da hat jemand auf uns geschossen. Ich glaube, wir sind nicht länger alleine. Boom, boom. Ich glaube, du brauchst einen neuen Lorik-Prozessor. Okay. 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 Der ist kein Grund für Alarm, in die Facilität. Nice! Hm? 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 Keh, keh! Hm. 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 Hallo! Ja? Wie, wie... Ui, das sind ja lustige Tisch. Tisch noch gar nicht gesehen. Guck mal. Ich darf nicht spielen. Nee, das... Das ist nichts für dich. Nur weil du hier reingestürmt kommst, darfst du nicht immer euch... Ah, das mitspielen, was der Papa spielt. Ich will schauen. Ja, du willst zu schauen, ich weiß schon. Das ist eigentlich nichts für dich. Sooo... Was haben wir noch? Und bevor wir jetzt da reingehen, muss ich wohl leider... Ähm... Wieder beenden. Wo ist denn die zweite... Da waren noch zwei gerade noch. Ich glaube, du wirst gesucht. Hm? Mama hat dich gesucht. Hm? Ich weiß nicht, wie ich will die Badewanne gehen. Achso... Ich wollte die Badewanne... Na dann können wir jetzt eh nicht spielen. So... Moment... weil das nicht komplett ausgeregt... Ich übern viere mal wieder. Ich schließe Sie das natürliche auf Werten... Loser hat das... Und in der Badewanne... Loser hat von mehreren... Loser... Nichts der Badewanne... Was ist der Badewanne... Die Badewanne... So, da bin ich wieder, irgendwie ruckelt, Streamlabs gerade. Doch, scheint aber zu gehen, okay, nur ein bisschen Delay. Ja, ich weiß nicht, ich finde nicht, wir gehen jetzt einfach da rein. So, und wenn die Kleine aus der Badewanne rauskommt, muss ich wohl, müssen wir wohl umsteigen. Muss ich wohl ausmachen, oder, weiß noch nicht, wahrscheinlich. Okay, das ist jetzt die Frage, ist das hier irgendwie ein, optional, erfahre mehr über das Mantelsversteck. Hm, das da draußen würde optional sein, oder? Nee. Hm. Da ist hier drin, na gut. Weißt du was, aber hier drin, ich lass was, wo jetzt einfach hier warten. Hier. Wartemeldung. So. Danke. Einfach hier die Tübe wachen. Hier mach ich mal zu, damit was, wo dich gleich angerannt kommt. Irgendwas ist. Irgendwas ist. Oh, die waffe ist so leicht. Wollen wir da? Was. Ja, ja. ...haha. Oha. Ein Joghurt hatte sie dabei. Nein. Hm. You have it in you, Leon. I know you do. Stay sharp. Focused. Just a little further. Die Mantis sind nicht Space? Das ist eine andere Gruppierung, anscheinend. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher von denen noch welche da sind. Oh... 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 Ah... Er ist verziftet... Aha. so So, erklär mir mal was hier du bist, bitte. Wenn es dir nichts ausmacht. Eine EOS. Der wird mir wohl nichts mehr erklären. Die Stoff-Talking-Greise. Mom... ...didn't look good. But it was Mom. As weird, crazy, and cryptic as ever. I'm almost surprised she remembered she even had a son. It was... ...hard to hear. Almost touching. But then the punchline. No inheritance until I go to Mom's secret base on Denabolo 1B. And she ends not with an I love you or an I'm proud of you. No. Six Semper Tyrannus. Oh my God. Always with that stupid Latin saying. Over and over she'd say that damn thing. Thanks, Mom. Thanks oh so much. Hmm. So, wir haben einen Digi-Titrich. Zwei haben wir. Okay. Also wir von innen nach außen am besten wieder. Da haben wir drei. Dicht beieinander. Das würde so gehen. Und die zwei unten. Könnten so rein. Dann der da. Könnte bei dem mittleren. Die zwei und die drei. So. Und dann brauchen wir noch welche für den äußersten. Der da zum Beispiel. So. Den wollten wir ganz unten nehmen. Der war's nirgends. Den wollten wir auch ganz unten nehmen. Nee. Das kann ich probieren. Den nehmen wir auch. Der da. Der da. Warte, der passt in der Mitte. Können wir den da nehmen. Nee. Hm. 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 Wenn ich den hier nehme. Okay. Den drei hier brauche ich nicht in der Mitte. So. So. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Den da. Den da. So. Der da. Und der war da. Okay. Das nehme ich mal mit. Ups. Hui. Koda. Ich glaube, es gibt keine Geeknamie hier, oder? Ich vermute, wir finden Leon noch. Oh hey. Ups. Der habe ich wohl. Wohl ein bisschen daneben geschossen. Hoppla. Hoppla. Ich lade mal kurz bei was pro meine Sachen ab, so lange wir noch nicht so weit unten sind. Hm, da. Ähm. Er ist weg. Was muss einfach weg? Ich hab ihn noch hier abgestellt. Ich hab was wohl noch einfach hier... ich hab ihn noch absichtlich... Da steht er! Warum war das so hier rum? Wie kann ich mit Hilfe sein? Wo ist das hier? Welch ist das so... Das da, das da. Das da, das da. Das da, das da. Das da. So. So. Danke. So. Jetzt haben wir wieder Platz. Ups. Oh. Vielleicht hätte ich schleichen sollen. Ach. Ach ja, warte. Ähm. Ne. So, fang mal rauf. Kommt ihr rauf. Das ist ein bisschen weit für die Waffe. Au, Mann. Ist meine Granate mit meinen Minions explodiert? Höf ribs splodiert. Mac. Zicke. 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 Ah, nicht nur wie nicht. Ah. Warum kommen die nicht hoch? Aufgefällig sind meine Falle. Wie ist das passiert hier, bitte? Ah, komm. Wie ist das passiert? Da wird mein Inventar gleich wieder voll sein. Die haben sich zurückgezogen, oder? Okay. Okay. Oh, level up ist das. Das war übereinander? Das ist das nächste Raum hier oder geht's da nach rechts rüber? Was? Hä? 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 Ich glaub das war's. Hä? 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 Hä?